Ich bin Thomas Muckel, der designierte Prinz, Thomas IV. 2024 und ich freue mich sehr auf die kommende Session, denn ich möchte mit euch feiern, bodenständigen Öscherfaste loffen und ich hoffe, ihr seid alle dabei. Föhm und merci! Heu, 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 heu! In Ocheaienhaus! Ja, dann auf alle Prostprogrammen! Prost! 3 Sekunden. Ja, 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 ja. Jetzt stellen wir uns mal alle vor, wir haben Rosenbohn da. Draußen sonnige 16 Grad. Der Prinzenwagen fährt gerade hier vorbei, wird vom Frankrömmler begrüßen. Und ich steh auf dem Wagen, seh euch alle hier stehen und rufe euch zu, ein dreifach donnerndes Aurel! 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 Prima! Wir verfehlen den Bräuchsprach! Wendet da, da ist vor dem Wagen, der Samba ist gar nicht schwer! Und alles! Gruß im Klenk, mit Marie im Geschenk! Danze Samba, 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 rufen los! Sorry! Mein Name ist Wolfgang Hürenbach, ich bin Präsident des Aachener Karnevalsverein und wir haben heute Abend den neuen Prinzen der Stadt Aachen für die Session 2024 bekannt gegeben. Es wird, und es ist Thomas Muckel, er wird als Thomas der Vierte in die Annalen der Stadt Aachen eingehen. Thomas wird ein toller Prinz mit einem tollen Konzept sein, das sehr bodenständig ist und sicherlich auch Aachen toll verkörpern wird und unsere Kaiserstadt gebührend und entsprechend darstellen wird. Wir freuen uns auf ihn und auf eine tolle Session mit ihm. ...dreifaches! Oche! Aurel! Oche! Aurel! Thomas der Vierte! Aurel! Steigen! Vielen Dank! Oche! Aurel! Oche! Aurel! 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 Er wirst von mir jetzt vom來接 인�ader! Applaus